Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu myselfzockt, heute Ziv5 und ich will gar nicht gross erzählen was wie wo und wenn, ich will einfach gerade die Titel machen, wo ich letztens aufgehört habe, weil es ist gerade irgendwie in so einer spannenden Phase, ähm, ich kann nicht abbrechen können, also ich muss einfach gerade weitermachen, haha, und ja, ich will nicht sagen, dass ich das gut mache, da was ich mache, ich finde aber, ich gebe mir extrem viel Mühe, das gut zu machen, so wie ich es mache, ich merke einfach immer wieder, dass die Elisabeth einfach doch recht gut ist, wenn man das ja so sagen will, und mir da einfach ständig in den Rücken fällt mit irgendwelchen Sachen, also ich habe wirklich keine Chance, irgendetwas auszurichten gegen die Marineeinheiten da, also, es ist im Fall zum Kotzen, aber Liverpool ist immerhin noch bei mir das habe ich noch behalten können, du kannst leider nicht so weit schiessen, ähm, du gehst mal hier hoch, wirst du es zwar nicht überleben, aber ich will dich eigentlich am Leben behalten jetzt, was haben wir da? so, okay, 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 du machst mir ein gezielter Schlag, ähm, nach unten, also warte schnell, du kommst da rein, dann, dann, die Freibäuter, könnte mal angreifen, ähm, greif doch an, komm, ähm, greif an, greif an, greif an, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut dann kannst du nämlich hier runter 1.3 hier runter und dann mal von der Bildfläche fetzen und du kommst mal da hoch der Frachter muss noch warten die Gatling Kanonen weisst du was lösen wir hoch ähm tun wir dich sofort heilen du bist doch Amphibie ja komm wir tun dich sofort heilen ähm das ist zum Kotzen es ist wirklich zum Kotzen er hat einfach zu viel Schiff er hat einfach zu viel Schiff gut jetzt habe ich hier ein bisschen ins Eich gemacht gebe ich zu also ich kann es aber gerade nicht ändern 1 2 3 4 alles verloren und ich habe eigentlich ein recht gut gut ich habe Liverpool die Frage ist wie lange sie das halten kann ich denke nicht so lange ich habe gerade beide Einheiten verloren ja ok und ein Freibäuter habe ich auch noch verloren ähm oh wer kommt denn da ein Faustkeil ich habe eigentlich gemeint die seien ausgestorben aber es scheint so als gäbe es die noch jetzt ist irgendwo da Aluminium jetzt hier noch gehen wir das noch abbauen und dieser Frachter muss einfach noch warten ähm nehmen wir mal das Linienschiff weg die Fregatte schiesst mal auf den äh diese Fregatte wird es nicht überleben ähm du gehst mal da rüber halt du äh gehst halt gleich mal da rauf ähm woher schicken wir dich auf Swimmingbro ok also du bist mal weg dann greifen wir noch einmal an egal wir machen hier voll auf Kamikaze du kommst hier an Land ja dann du warte schnell wo ist mein Freibäuter da ähm ähm ich brauche dich dass du den mal weg nimmst dann brauche ich dich ah oh du bist ja meine super super Einheit he kann ich dich schützen oh hohohoho äh sieht nicht so aus äh aber komm wir probieren es äh warte mal schnell warte mal schnell du könntest dich auch auch ein Reichweite machen sichtwerte fortbewegung komm wir machen da auch eine Reichweite obi nein wir machen gezielter Schlag weil du wirst den eh mögen dann kannst du nämlich da hochflüchten sogar bis glasgow das ist gut du bleibst äh die Gatlin kann und dann kann doch den abschiessen dann kannst du doch durch den abschiessen oh nein willst du mir jetzt sagen jetzt fällt einer ein Punkt oh ach dann heil doch produzieren wir in aeroglow ein wasserwerk ein wasserkraftwerk ähm nein wir machen ein Highlander in Edinburgh machen wir ein fregate weg 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 und weg ja er hat einfach eine zu starke marineeinheit aber ich komme jetzt mit meinem Panzerschiff muss doch mal schnell schauen wie gut ähm muss das nächste mal schauen wie gut sind ihr ey wirklich nur eine Einheit eine Einheit verloren aber eben gerade die Pest schau hat zwei ich habe einfach keine Chance ich sehe sie nicht ich sehe sie wirklich nicht ähm ähm ich will das Feld hier ist egal wie tief das ist ich will das jetzt einfach gut jetzt kannst du doch hier mal schiessen du kannst dich aufrüsten du kannst dich aufrüsten und mal da hochkommen dann du du musst bitte heilen du machst das Schiff fertig du machst das Schiff fertig und ich habe doch hier noch einen fregate den ich jetzt hier rausnehmen und fertig machen und du kommst nicht so weit äh du machst mir eine sofort Heilung und kannst du hier killen dann kannst du hier hin und ah du bist tot nein ich deb ah ok Überlegungsfehler gemacht ich habe wieder einmal ein Schiff in Tod geschickt äh ein Schiff eine Einheit in Tod geschickt ähm da kommst du hier 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 habe ich noch eins den hätte ich noch wie weit kommst du so du hast 1 plus 1 Reichweite oder du kannst doch da schiessen genau so wunderbar du bleibst äh du bleibst und wir produzieren in Gibbons Eil eine eine Börse nein ich muss einen Freiweiter haben und wir wählen die Forschung aus und zwar das Funk oh oder die Normbauteile äh Luftfahrt Öl habe ich aber noch nicht bringt mir also noch nichts äh Funkwesen gut und wir gehen in die nächste Runde oh nein das ist gut hast du mir da jetzt gerade noch schnell ich könnte nämlich schauen was er da machen ist ein Linienschiff geht drei Runden ok ähm was machst du eigentlich ein Archäologe ja ja du noch etwas Grabstätten ausgraben das ist völlig ok ja mhm Lissander kommt mal da rauf Lissander heisst er wahrscheinlich und der Lassier tut sich heilen genau ja Fregate Fregate also so schlecht ist es grundsätzlich nein das ist einfach ich kann nichts behalten 19 Gold pro Runde 19 pro Runde 19 ja mal komm nimm ja ist gut ist ok weil Liverpool habe ich jetzt mit dem kann ich leben das ist ok völlig ok sogar und ich mache jetzt einfach noch und ich mache jetzt einfach noch schau im Bereich ist mega runtergefallen ja Pech eben kulturell bin ich momentan nicht gut drin aber wissenschaftlich bin ich glaube sehr gut drin aber wissenschaftlich bin ich glaube sehr gut drin du kannst doch hier die Kohlen abbauen ähm du hast ja noch mal Kohlen du kannst doch die auch noch abbauen aber weisst was dann baust du mir etwas anderes nämlich ein Wasserkraftwerk ja ähm ähm du kommst einfach mal hier vorne ok jetzt stellen wir eins wieder auf ich glaube die Strategie ist nicht schlecht als ich gefahren bin es ist einfach er ist oder Speedli ist einfach zu stark es 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 ist wirklich zu heftig was die alles da auf dem Meer hat das ist einfach wirklich wirklich heftig Bern gibt 29 auf die wo die jetzt nicht verzichten jetzt kannst du hier wieder rufen ähm du gehst einmal hier rüber und dann schlafen wir hier mal eine Runde du heilst du befestigst dich du heilst oh verängstigt ähm ähm wie hast du 181 ja ok wir gehen ja schon was ich nicht vergessen darf was ich wirklich nicht vergessen darf ist dass ich noch mit den Stadtstaaten wo ich im Krieg bin zum Beispiel Gerevan ähm komm und was ist noch Samarkand sonst nichts mehr mit denen habe ich ja da alle Frieden gut wettingwall kann jetzt einen Börsen machen ähm Riga ein Amphitee ah ne mach doch die Fabrik ähm bla 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 Kita taa äh Quebex ist wieder oh gut befreundet befreundet Frieden geschlossen Blablablablablablablablablablablabla Da haben wir es gesehen, oder? Jawohl... Blablablabla Zirwan stark zugenommen Mit was bist du? 73 Aha, das habe ich ja schon vorher vorher gesehen Ihr habt Frieden mit Zirwan beschlossen Ich bin froh, dass ich jetzt hier mal Liverpool auf meiner Seite habe Mhhh... Nein, wollen wir nicht Ich möchte einfach nicht, dass durch unsere offene Grenze dass dein kultureller Einfluss bei mir steigt. Das habe ich einfach nicht gerne. Ich will es umgekehrt haben. Ja. Du bist hier jetzt irgendetwas am Bauen gewesen. Fabrikanlage. Aha. Okay. Gut ist, dass er jetzt hier ein bisschen gefangen ist. Das finde ich super. Ja. Komm doch hier rüber und heil. Dann machen wir hier noch ein bisschen so und so. Und du gehst hier rüber. Und solange ich ein goldiges Zeitalter habe, ist alles easy. Also du kannst jetzt hier pennen. Du kannst hier ein bisschen pennen. Du da. Und du kommst mir bitte auf Glasgow zurück. Du patchst da. Du dort. Jawohl. Und das Swimmingboat. Wieso kann ich keinen grossen Tempel machen? Was? Noch 7 Tempel brauche ich für das? Und den Heldenippos, Riga und Liverpool. Das ist cool. Hei hei hei. Also gut. Dann machen wir halt ein Wasserkraftwerk. Wenn das so ist. Und in Aubain machen wir eine Börse. Und Aberdeen macht den Seehafen. Und dann wird ein Frachter. Ein Frachter. Ein Frachter. Ähm. Ja. Ist gut. Er hat schon gesunken. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Nächste Runde. 1. 3. 7, 8, 5. Hier sind wir bei 17. 1. 1. 1. 2. 7, 11. Vielleicht 2. Ok. Ja. Ich hätte gerne Coventry noch eingehen. Ganz ehrlich. Aber. Man kann nicht immer alles haben. Ja, darum gebe ich mich mit dem Zufrieden, was ich kann. Ich bin zwar noch weit davon weg, von Grossbritannien zu reden, aber ich bin näher dran als Ojo. Ja, du könntest eigentlich dort drinnen bleiben, das ist okay. Gib ins Eil, packt ein Panzerschiff. Ah, da habe ich nicht geschaut. Die Linien-Schiffe, komm ich muss da mal schnell. Das nimmt mich jetzt einfach wunder. Linien-Schiff. Ach, schreiben sollte man noch können. Stärke 35, okay. Wir veraltert durch Elektronik. Uh, da geht aber noch die Zeitung. Uh, und die kann er zu einem Schlachtschiff machen. Wow. Die Linien-Schiffe sind, glaube ich, einfach etwas überpowered. Die Kanone heilt. Äh, dann gibt es hier mal ein paar Börsen. Dort gibt es dann noch einen Frachter. Der Montezuma kommt in die Renaissance. Das ist gut. Wenn ich hier das Funkwesen habe, komme ich glaube ich in die moderne, oder? Gseh nicht, oder? Wenn ich das... Ah nein, kommt ins Atom- Oh, ins Atom-Zeitalter. Ui, okay. Ähm. Ja, komm. Fertig, weg mit dir. Ähm. Da unten hat es noch Aluminium. Wäre noch spannend. Ähm. Ja, da gehst du da rauf. Du bleibst. Du kommst da rauf. Du kommst da rauf. Du kommst da rüber. Und jetzt können wir nämlich da auch mal noch andere Sachen produzieren. Wie zum Beispiel von Edinburgh aus noch ein Frachter. Genau. Den könnten wir ja dann zum Beispiel auf Belgrad schicken. Oh, warte schnell. Aber Belgrad braucht gar keine Handelsroute von mir. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wollt Wasenhandelsroute Antwerpen. Entschuldigung. Ja. Okay. Glauben hätten wir auch wieder genügend eigentlich. Ähm. Dann fern wir doch wieder an zu missionieren. Würde ich doch behaupten. Ähm. 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 Grosser Profit. Geht nicht. Wieso geht es nicht. Ich habe hier irgendwie keinen Platz. Ah. Das ist der grosse. Ah. Das ist der Admiral drin. Ähm. Der General ist da drin. Aha. Diese Bahn kann ich noch nicht bauen. Aha. Diese Technologie habe ich noch nicht. Ähm. Da hat es noch einen freien Platz. Der Highlander bleibt. Du bleibst. Du bleibst. Und wir produzieren in Glasgow mal noch eine Fabrik. Was ist das? Flora. Intrige. Ja. Das ist nicht das erste Mal. Gell. Das weisst. Der Suisse statt Luzern. Okay. Die gibt es auch noch. Luzern. Wo ist denn das echt? Ähm. Ähm. Halt. Warte. Okay. Ja. Das will ich nicht. Ah. Hier ist Luzern. Ich sehe es gerade. Ja. Ich sehe es gerade. England hat die gleiche Ideologie wie ich. Das ist ein Zufall, oder? 17. 12. 13. 10. Okay. Weisst du was? Dann machen wir das anders. Ich schicke dich. Auf. Möttingbo. Gut. Und du kommst mal hier rüber. Ähm. Du heilst. Und wir produzieren in Dundee. Eine Burg. Nein. Was will ich mit dieser Burg? Ich brauche noch eine Kanone. Aber die machen wir jetzt mal einen. Seehafen. Ah. Und kaufen. Ähm. Oh ja. Genau. Ähm. Ein Arbeitsboot. So. So. Okay. Also. Wo. Da. Können wir. Kaufen. Einen grossen. Prophet. Dann. Kann ich. Da. Kaufen. Sobald ich. den. Kai Lun. Mal. Einen höher gesetzt habe. Kann ich. Da. Kaufen. Einen grossen. Wissenschaftler. Ähm. In. Dich. Setze ich auch. Einen. Und in Weddingwall. Kaufen. Einen. Missionar. Gut. Genvt. Keanu didnt. Du bleibsch. Mehr. Einen. Es hat eine Zpflichtheit von 107. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ehm. Da hat man noch 21. Jo. Also. 21, das reicht nicht. Wir verschaffen uns mal ein kleines. Dann haben wir noch 6. An den Fünden spielen 15'507. 15'507. Also ich glaube der Schweizer trägt in diesem Spiel den Kultursieg davon. So wie ich das sehe. Ich habe echt das Gefühl, da habe ich keine Chance. Keine Chance. Komm hier vorne. Mach hier dein Fischerbeutel. Komm hier oben. Du kannst doch jetzt zum Beispiel auf Salvador. Oder auf Berlin. Für 18. Mombasa wäre auch für 18. Mach doch das. Louis Pasteur gibt mir jetzt 5'000 Punkte. Und du kannst jetzt nämlich in die Stadt gehen, dass ich dann den Eiffelturm bauen kann. Der Missionar geht mal da rüber. Du bleibst mal dort. Du. 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 Gehst mal da rüber. Ähm. Du. Könntisch. Woher dann? Sanador 17. Sao Paulo 23. Sehr gut. Das machen wir gerade. Gut. Da brauchen wir eine Handelsposten. Und wir machen hier noch etwas. Wie wäre es mit einem Panzerschiff? Stärke 45. Wie wäre es, wenn du auch noch eine Börse machen würdest? So. Mal nebenbei. Ähm. Ja. Mach den Handelsposten. Und wir gehen in die nächste Runde. Ähm. Ja. Komm. Machen wir. Du hast das Öl. Du hast schon Öl. Ich habe das Öl noch nicht. Aber das kann doch nicht sein, dass die Fize so gut ist. Ähm. Ich habe das Öl noch nicht. Aber das kann doch nicht sein, dass die Fize so gut ist. Ähm. Also Fugwesen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Glasgow hat einen Wissenschaftler. Sehr gut. Das gefällt. Ähm. Ja. Machen wir den gleich fertig. Schnell. Dann. Charles Darwin. Wartet mal noch. Da. Da. Da gehen wir mal rüber. Ähm. Du kannst hier pennen. Du. Wartest. Wartest. Ach. Die Runde. Geh mal dort. Ähm. Du kommst mal da rüber. Ähm. Charles. Warte doch jetzt. Aha. Okay. Gibens ein. Macht. Ähm. Börse. Riga. Macht. Ähm. Ähm. Amphitheater. Und. Wir erforschen. Ähm. Ja. Wir gewinnen richtig. Biologie. Nein. Dynamite. Nein. Biologie. Nein. Dynamite. Nein. Komm. Biologie. Ich will wissen was Öl hat. Ich will wissen was Öl hat. Ähm. Ähm. Flinden geschlossen. Kalkia. Ähm. Kusil. Ja komm. Ich mache dir wieder ein Geschenk. Ja. Das ist okay. Ähm. Mary. Ist. Cool. Sehr gut. Warte. Warte. Die schicke ich gerade auf Kusil. Wo haben wir es? H1JK da. Sehr gut. Was haben wir das? Dann haben wir das. H1JK da. Und. Was haben wir das? Glasgow hat eine Religion angenommen. Sehr schön. Liverpool ist gewachsen. Mary ist rekrutiert. Jetzt. Was mache ich mit Darwin? Wollen wir noch warten? Ähm. Ja. Ich würde sagen wir warten. Und zwar warten wir auf die nächste Folge. Weil ich werde jetzt hier wieder einen Cut machen. Und es bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen lieben Dank. Dass du wieder einmal dabei warst bei dieser spannenden Serie. Ähm. Spannende Folge. Es wird wahrscheinlich gleich spannend weiter gehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es ja irgendwann mal schaffen die schönen Engländer von dieser Insel zu hauen. In dem Sinn. Ich bin mich selber. Und wir sehen uns wieder.